Her damit! Hey, das ist ein Zehner! Sie haben Pizza für 13! 2 Minuten zu spät, Kumpel! Oh, kommen Sie! Ich konnte es einfach nicht finden! Bezahle nie den vollen Preis für eine verspätete Pizza! Cowabunga, Leute! Und heute ist wieder probiert, teil mit euer Pidi Bons, und zwar mit der Domino Pizza von der Pizza Lieferservice, von dem Pizza Lieferservice Domino Pizza. Und die habe ich mir selber zusammengestellt. Ich habe den Lieferservice zufällig gesehen. Da habe ich so Flyer in meinem Briefkasten gehabt, und da haben sie gesagt, hier ist eine neue Domino Pizza. Und da ist mir sofort aufgefallen, dass es die gleiche Pizza ist, oder dieser Pizza Lieferservice, wie von den Turtles Filmen aus den 90ern. Und da habe ich mir gedacht, Mann, das probierst du mal! Und da habe ich mir jetzt eine Pizza zusammengestellt, und zwar Jesunder Pizza, so sieht die aus. Mit, ähm, mit Hähnchenstreifen und Ananas und Currysoße. Ansonsten ist normale Pizzateig und, ähm, eben auch, ähm, na was wollte ich sagen, Tomatensoße. Aber, ja, auf jeden Fall werde ich mal probieren. Boah, und dieser, das ist ein Genuss, das ist richtig geil, das habe ich mir zusammengestellt, ja? Ich muss echt sagen, jetzt ist der, das ist richtig geil, das hätte ich nicht erwartet. Mh, dieses Currysoße, Hähnchenbrust, und Ananas, das schmeckt so geil, und es hat so eine schöne, erst so richtig scharf, es hat so eine Schärfe, und dann so eine Süße noch drin, ich finde das mega geil. Mh, und der Pizza-Rand ist lecker. Boah, das ist so eine geile Pizza. Ja, ja, bounce-tastig auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Mh, richtig nice. Oh, diese Pizza, die sind, die sind so lecker und die schmeckt so geil. Das passt, äh, ich hätte nicht gedacht, also wenn ihr mal das sieht, Domino Pizza, ich könnte so eine Pizza gerne mal so herstellen, die sind richtig geil. Ja, schmeckt richtig super. Boah, das hat echt einen coolen Geschmack. Das hätte ich echt nicht gedacht, ich habe einfach nur aufs Gag mal zusammengestellt, weil ich so ein bisschen Ananas mal mag und so. Dann habe ich hier so ein wenig Bruststreifen drauf gemacht. Aber das passt hier einfach super geil. Und ich würde mal sagen, ich bin hier fertig mit dieser Pizza. Also ich werde jetzt schön zu Ende essen. Ja. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao.